weil auf der anderen seite ging es ja auch hoch hoch auf jeden fall ein paar fehler noch eine oder nicht ich dachte ich hätte noch eine gesehen ja ja gehen wir mal aus dem weg ich mache erst mal den Wird alles stehen? Hä? Hä, wie funktioniert das? Ah, ja, ja, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Alter, dieses Gehäuer ist. Jawoll, danke schön. Oh, 42, 44. Was? Hier gibt es gleich noch eine Münze. Guck mal kurz was. Hier rauf. Hier rauf. Oh, ne, die hat ich stillgelegt, ne? Hinten können wir dann noch weiterlaufen. Oh, wir gucken uns erst mal seinen Kater an hier. Oh, krass, das war das letzte Mal in der dritten Welt schon. Du bist schwer. Na gut. Oh, die Leute, freut mich. Nur ich sehe Spaß an einem sinnlich schönen Urlauber im Kapital-Kasino habe. Wenn Frau Katers wissen würde, dass ich hier einen Club-Tour mache, gäbe es Ärger ohne Ende. Ich dachte eigentlich nicht, dass man als Arbeiter in solche Orte reingelassen wird. Nee, du. Mich hält nichts ab von meinem Spaß. Also, erst mit einer Fahrt. Ja, das könnte man jetzt tun. Und das wären wir auch. Wir sind bereit, Kateros. Die Gleise rufen. Und anschließend feiern wir mit ein paar Runden im wilden Weinfass. Äh, das überlegen wir uns noch. Auf dieser Tour braucht ihr 150 Edelsteine. What? Oh Gott, 150. Soll ich euch die Steuerung nochmal erklären? Ja, erklär mal bitte. Weil irgendwie kann man nämlich irgendwo schießen. Mit A-Springer, mit X schießt du. Mit, äh, beschleunigst oder bremst du. Mit X schießen, okay. Oh. Es war eine lange Fahrt, würde ich sagen. Äh, ja, ja, ja. Ja, komm nochmal. Ups. Ja, Alter. Nein. Oh man, nervt mich jetzt schon. Oh krass. Was? Nee, wie gesagt, es nervt mich jetzt schon. Okay, ich mache normale Sprünge. Wenn man denn an diesen... Können wir nicht so schnell hintereinander schießen? Ah, das hätte ich... Das hätte man machen können. Verdammt. Na, verdammt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt... Schleife ist, oder das Finale praktisch. Ah, da oben waren zwei Rot, äh, zwei Gold. Ja, 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 ja. Wir verpassen alle. Boah, krass, wir da... Ah, da war schon zehn Läden oben. Oh nee, ist das Ziel? Hä, Mist, ihr habt nicht genug inschen. Ja, ja, äh, äh. Aber da ging es doch noch weiter. Kommt schon, Leute, siehst du mal, schaffen wir es hier. Ja, also, oben lang. Erstmal oben lang und dann... Ah, da kommen wir bestimmt von der anderen Seite doch hin, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wie soll man den Goldenen da kriegen? Das verstehe ich nicht ganz. Ah, verdammt. Nein, das... Nein, das... Oh, krass. Okay, ich trinke mal ganz kurz, ganz, 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 ganz schnellen Schluck. Äh, geht, 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 geht so weiter. Oh, oh. Der Quatsch aber ein bisschen. Äh, was meint ihr, probieren wir es noch mal? Ja, komm. Manometer, auf geht's. Wo kriegt man denn den da unten? Ach, ich bin doch bescheuert. Ich schieße kaputt, ne, und dann... ...bringe ich drüber. Ach, verdammt. Ach, shit, ey. Ja. Ach, zu früh. So, ich fand das ja eigentlich ursprünglich da mal so im ersten Level eine ziemlich coole Idee hier mit dem Kartos, ne, aber... Also langsam nervt der Junge mich ein bisschen. Ja, hab ich auch wieder weiße verloren? Na, ach, Mann. Ach, das ist doch nicht wahr. Oh, oh. Nicht springen, schießen, nur Trottel. Umlang. Okay, bringt nichts. Umlang. Ah, da waren zwei gewesen. Oh, krass. Die kriegen hier keine 150 zusammen. Ja, niemals. Wir treffen ja gar keine mehr. Shit, ey. Das, wie soll ich denn hier 150 kriegen? Wir haben überhaupt keinen mal getroffen hier zum Schluss. Das ist doch scheiße. Oh, ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Mach' hier ne, mein Freund. Mach' hier ne? Ein paar Laver nicht so viel. Und dann will ich das scheiß Rätsel hier unten machen. Und da hinten geht's. Ah, ich alter. Oh, ich hab mich von da irgendwie ablenken lassen. Ich hab grad sagen, ich will dann das blöde Rätsel da hinten machen, was ich da gesehen hab. Ja, ja, komm. Immer mit dem Roulette und dann geht's ja dort irgendwo rein, hab ich gesehen. Das sah ganz lustig aus. Und ich weiß immer noch nicht, wie man da nur einen Edelstein da rankommen soll. Ja, das hab ich jetzt gleich noch verloren, ey. Na, ich bin doch bescheuert. Ey, was denn? Na, komm schon. Warum spring' ich denn? Hier hab ich denn gar keinen erwischt dort. Wenn man noch weniger ist vorhin. Hä, wie, 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 wie komm' man denn auf hier, äh, hier auf 150? sich und das ist auch immer mehr nur unten lang fahren und der Mio mann und man von Kommen hinterm Ziel wieder auf die Linie und man den Kreis nochmal mitnehmen ok scheiße ja 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 komm komm man begonnen deshalb gelandet jetzt geschießt 150 sich nachdem ich wollte zu springen ja komm das ist immer so lange dieses Palabern hier dazwischen die einfach sofort zurückgesetzt wird wieso springt denn der dann nicht mehr ja 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 Palabra 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 und ja gedrückt ach das ist doch nicht wahr na das ist das kann doch nicht wahr sein ich muss auch aber bremsen wenn ich den haben will und ja ja kommen an aber nicht so viel rumkommt aus dem Moment das ist übel ja ich hab m und das dauert wieder so ewig ja 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 komm 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 jetzt mal schießen mit dem Turbo ja verdammt ja was macht denn der jetzt sind wir zumindest schon bei knapp 90 ja und mit 2 fuck ja komm schon ey ich bin gar kein ich bin gar kein ich bin gar kein da leide eu 100 50 ist echt viel shit dankeschön oh man wieso macht er denn ja kein turbo mach doch turbo naja kommt oh krass schon wieder halb zwei da war ich dann nur so lange ich habe mir das kaputt sein wir machen unterliegt wer auch aus nur schluss machen was ist dazu die mich da und so auch mit dem buchsen nun künftig überhaupt genug Platz hat dafür Na gut, ach man, das ja bestimmt noch eine Stunde dauert, ne? Na, wenn ich den treffe, flinkt gar nichts! Ja, ja, komm, 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 ja, 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 blablabla, 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 komm! Fick dich doch! Ah, Mann! Oh, Mann! Dieser Scheiß-Controller, da gab es ein Kabel dran, ey. Oh, Mann! Oh, also, das ist schon echt definierend hier. Und da muss ich den Leuten auf Steam leider recht geben, die sich hier bestätigen. Ja, ich hab' den Scheiß ohne Kapust gemacht, na, ja, komm, eigentlich gleich, wenn wir runterfallen hier. Wenn wir runterfallen, komm, wir fallen runter, los, fall runter. Da muss ich den Leuten auf Steam leider recht geben, die sich darüber beschwert haben, dass das Spiel teilweise echt super easy ist. Was halt das Casino-Level hier generell war bis jetzt. Hier war ja nicht dabei, wir haben diese blöden Automaten gemacht, wenn dieses, äh... äh, sag schon. Ja, der Minigolf gemacht, das war auch super easy. Dann hast du ja einfach sowas, ne? Wo du dir überlegst, Alter, hast du dich gehört? Ja, das konnte ich nicht mehr bremsen, weil ich vor, Mann. Ja, das war keine wen, wann kommt überhaupt jetzt rein. Ah, fuck. Hier war oben lang besser, ne? Genau, da hinten kommen zwei. Jetzt habe ich gar keinen von die Goldenen, ah, fuck. Das reicht nicht. Alter, kriege ich mich überhaupt ein? Ja, komm, mir helft die verpasst die ja, ach, krieg ich doch. Ich bin gar kein mehr, oh, komm, da, oh, nein, schon. Ah, shit, jetzt war mal relativ gut, aber... Ah, die scheiß Goldenen verpasst zum Schluss. Ah, das ist doch nicht wahr. Komm ab. Ich hab noch nie einmal geschafft zu tun, was ich überhaupt so scheiß Goldenen verbringen, ne? Ah, wieso kann ich denn da nicht springen? Ah, das ist doch nicht wahr, ey. Wird man Kontroller zum Kratzen benutzen, so weiter zu drücken? Ah, optimal gelöst, ja. Oh, Mann. Ich muss mal kurz hustlen. Warte, was war denn das? Ja, ach, das ist doch scheiße. Sag davor, die Bremse nicht benutzen. Ich muss davor, ich muss da die Kanone benutzen und kriege ich den, äh, ein Goldner noch und kann dann die, äh, Bremse benutzen für die Bienen. Ach, Mann, ey. Ist gar nicht so einfach, ja. Ich versuche mich jetzt noch mal ein bisschen konzentrieren. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, was ist denn dann? Oh, Mann, anidy die Gremse nicht benutzen, oder? Da fick dich doch. Oh, Mann, wo ist denn... Oh, Mann, wo ist die Gremse nicht? Ich versuche mich doch. mal runterfallen ja dankeschön meine freizeit das kann doch nicht wahr sein da mache ich eine sonderfolge draus nur kater oder so das dauerte zwei folgen wir haben jetzt welche verloren oder was eingesammelt das ist doch nicht wahr wir brauchen wenigstens sechs oder sieben schluss und ankommen ja ja komm noch schneller auch ja ja Wieso sammelt denn der die Scheiße nicht ein? Und das sieht doch gut aus, das sieht echt gut aus jetzt, ja. Shit. Aber das sieht trotzdem sehr gut aus. Können wir hier noch ein bisschen was abkriegen? Oh, bitte, 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 bitte. Ich will die Scheiße nicht normal machen. Los. Yeah. Schafft meine Meter wieder eine erfolgreiche Fahrt. Ich bin dann mal feiern hier, du Arsch kannst, Alter. Lass mich raten, es geht in einen Club mit Nichten. Darüber bin ich hinweg. Es war mehr dasselbe, seit mir dieser Golfwagen das Herz gebrochen hat. Was? Äh? Sicherheitsalarm in den Casinoregeln ist eindeutig gelegt, dass VGs nur vom attraktiven Bankhalter ausgegeben werden dürfen. Ihr 6 steckt in großen Schwierigkeiten. Ihr 6? Was? Hä? Hä? Okay. Wir 6? Psst, stellt euch bitte scharf. Meine Sensoren spielen verrückt bei dem Licht hier drin. Es gibt wohl ein Missverständnis. Vielleicht solltest du dich beruhigen und auslocken. Psst, mich ausknocken? Niemand darf so frech zum Sicherheitspersonal des Casinos sein. Bereitet euch darauf vor, obsoletiert zu werden. Hier endet euer Abenteuer. Da haben wir jetzt einen Bosskampf. Doofi empfindsamer kurzsichtiger, äh, was? Alter. Na, wir sind fucking Bosskampf. Alter. W-W-W ist, wenn ich das nicht schaffend, ich muss dich einen Scheiß normal machen. Da gibt es aber Dreschen, das wisst ihr. Muss ich leider jemanden von den Entwicklern verprügeln geben. Na komm, ja Kartos, wir machen das, na komm schon, na komm schon, na komm, getraust du dich, getraust du dich, getraust du dich. Wir haben im Prinzip keine Leben mehr weiter. Ich hab das Gefühl, das wird hier jedes Mal... Ah, ich dachte mir, Bremsen. Warum Bremsen? Mann, ich... Alter, wenn ich scheiße jetzt mal mache, na. Uh, Leute, was zum Henker war das denn? Der hat uns ja ganz schön hin in die Hände versorgt. Wir gehen noch mal dahin und zeigen seinem Legenden, was Legenden, lackenden Hinterteil, was wir da drauf haben, was wir drauf haben, stimmt's? Ja, Alter, ich muss die Fahrt noch mal machen. Ja, Randner bin gespannt. Alter, weh, ich mach die Fahrt noch mal. Ah, Alter, dann gibt's Dreschen. Na, da ist er doch. Wollt ihr noch mehr emotional mitreißende Prügel? Dämpft weiter. Dufi. Er findet aber gut sich der Super-Computer. Ah, okay. Er hat uns jetzt getroffen. Ja, komm. Wir müssen eher schießen, der hat uns jedes Mal getroffen. Ah, shit. Ah, shit, Mann. Ist doch gar nicht so einfach hier. Oh, was mach ich denn für eine Scheiße? Ah, ist doch nicht wahr, ey. Wie kommt man denn da drüber? Ja, dann treffe ich die nächste. Ein Verarschen oder so? Alter. Äh, nächster Drecks-Manigame. Ja, 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 komm. Ich wollte eigentlich ins Bett. Aber den Dufi, den müssen wir jetzt schon zeigen. Ja, 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 ja. Und dann, sag ich noch einmal. Und dann, sag ich lieber noch mal subscribe よli Ukraine, Und dann, da morgen mit immer noch das K body of gewählt.